Hallo und willkommen zur Album Revue. Fripp und Ino hatten in 2005 nach 30 Jahren wieder ein Album herausgebracht mit dem Titel The Equatorial Stars. Ich hatte darüber im letzten Video berichtet. Doch dies war nicht die erste musikalische Begegnung in 30 Jahren. In Wirklichkeit hatten sie in all den Jahren immer wieder Tracks aufgenommen, die dann, wie so oft, in Inos Archiv landeten. Oder in Robert Fripps Archiv. Ich weiß es nicht, ich war nicht dabei. Keiner dieser Tracks befand sich auf The Equatorial Stars, dessen Klang doch sehr wie aus einem Guss ist und somit, das mutmaße ich mal, in einer fokussierten Session entstanden ist. In 2007, also zwei Jahre später, erschien dann schließlich das vierte Album dieses untypischen Duos mit dem Titel Beyond Even 1992 bis 2006. Dies ist also eine Zusammenstellung aus Tracks, die Fripp und Ino in einem Zeitraum von 15 Jahren aufgenommen haben. Wer an dieser Stelle den gewohnten Frippatronic Ambient Sound erwartet, wird vermutlich etwas enttäuscht sein. Doch das macht es natürlich nicht zu einem schlechten Album. Man muss nur wissen und akzeptieren, dass das hier eine ganz andere Blutgruppe ist. Beyond Even ist ein instrumentales Album, das durchaus so klingt wie der Soundtrack zu einem dystopischen Science-Fiction-Film. Das Album erschien zuerst nur digital auf Robert Fripps Label, dann noch unter dem seltsamen Titel The Cotsworld Gnomes. Es ist ein wenig schwer für dieses Album eine klare Genre-Zuordnung zu finden. Es hat zum Teil auch viel mit Ambient zu tun, doch eher mit einem etwas dunkleren Ambient. Doch da gibt es auch so eine Art finsteren Downtempo Sound. Es gibt hier unzählige Klangexperimente, doch die Musik scheut sich nicht, auch mal rhythmisch zu sein. Ich finde auf jeden Fall leichte Ähnlichkeiten mit anderen Alben von Brian Eno. Vor allem Music for Films, aber auch sein etwas weniger populäres Album The Drop. Somit erscheinen viele Tracks mehr fragmentarisch. Es sind ja oft mehr Sketche als vollendete Tracks. Von Robert Fripps Seite erklingt hier mehr ein deutlich diabolischeres Gitarnspiel, als man es bei dieser Zusammenarbeit sonst gewohnt ist. Man kann nicht überhören, dass in genau jenen Jahren, als diese Tracks aufgenommen wurden, Robert Fripps die teilweise progressivste Phase von King Crimson leitete, also Alben wie Thrag. Das wird auch im letzten Track deutlich, mit dem bizarren Titel Cross Crisis in Lust Storm, wo der epochale Trey Gunn mit seiner zehnseitigen War Guitar einen rhythmischen Gastauftritt hat. Das ist dann schon ein verdammt derber Avantgarde-Techno deutlich mit einem Fuß in der Welt von Industrial Musik angesiedelt. Wie gesagt, wer sich diese CD anschafft, in der Annahme, dass hier die Stimmungsbilder von Evening Star und The Equatorial Stars erneut heraufbeschworen werden, erlebt hier eine böse Überraschung. Wobei ich nicht sagen möchte, dass die Ambient Tracks hier vollständig fehlen. Das zehnte Stück Hopeful Timing hätte genauso gut auf The Equatorial Stars sein können. Das ist durch und durch Ambient. Selbiges gilt für den Track Behold the Child oder Glass Structures. Und Dirt Loop und Voices sind eindeutig finstere Dark Ambient Tracks. Doch im Gesamten ist das hier ein eher eklektisches Album. Was Sinn ergibt, bedenkt man, dass die Stücke teilweise in jahrelangen Abständen entstanden sind. Wie soll man also dieses Album bewerten oder einstufen? Nun, der Vorteil einer solchen Produktion liegt sicherlich darin, dass sich diese Musik nicht so schnell abnutzt, da sie so extrem ominös aufgenommen worden ist. Es sind eben alles Instrumentalstücke, teilweise fragmentarisch beschaffen, teilweise aber auch äußerst vollendet. Man wird also auch nach langer Zeit immer wieder die Augenbrauen heben und beim erneuten Zuhören feststellen, dass man etwas ganz Neues entdeckt hat. Sichtlich ein gutes Album für Entdeckungen. Und gerade wenn man progressive Musik sucht, die gänzlich jenseits des ausgetretenen Pfades der Popmusik liegt, ist man hier gut aufgehoben. Aber man darf bei Beyond Even nicht erwarten, dass einen das Album so gleich umhaut und in einen Rausch versetzt. Dafür ist es zu neblig und die Richtung zu unklar. Doch das ändert sich mit wiederholten Anhören. Für jemanden, der immer noch gerne Mixes herstellt, ist es möglicherweise eine gute Quelle für weniger bekannte Tracks, die in manch ein gewagtes Set reinpassen würden. Ich möchte dieses Album auf jeden Fall nicht missen. Essentiell ist es vermutlich nicht. Aber bei genauem Hinsehen hat es durchaus einiges anzubieten und kann eine spannende Entdeckungsreise bereitstellen. Man muss nur vorher seine Erwartungen an der Tür abgeben. Ich gebe hier 3,5 Sterne. Wohl keine essenzielle Anschaffung, wenn man die Welt von Robert Fripp oder Brian Eno zum ersten Mal auskundschaften möchte. Doch durchaus empfehlenswert, wenn man etwas tiefer reisen will. Das war Beyond Even von Fripp und Eno aus dem Jahr 2007. Mehr oder weniger.